Wie sehen wir aus? Kann nicht sein! Wir sehen aus wie ein Brunner! Wie sind wir in einer Baustelle gelandet, dass wir hier arbeiten müssen? Aber ey, ich hätte schon Bock, Brunner, du weißt es. Seid ihr dumm? Seid ihr dumm? Seid ihr dumm? Lass uns das Beste draus machen. Lass uns erstmal den Bauleiter oder den Chef finden. Das ist lustig, Brunner! Lass uns den Bauleiter erst, dahinten ist der! Werden wir sehen! Brunner! Brunner! Was ist das dann? Ey! Brunner, das wird schwer, ja? Wir haben schon 17 Uhr, die Jungs sind eine Stunde schon zu spät. Wo bleiben die denn? Wir sind schon eine Stunde zu geliebt! Wala, der wird uns auseinandernehmen, ja? Wo bleibt, wo ist dieser Bauleiter überhaupt? Ist das vielleicht der in Rot? Ich glaube, das ist der. Ey, guck mal, der Guten ist schon so ein böse Anhalter. Komm! Jungs, wo bleibt ihr, ja? Ja, Chef, ran! Du weißt nicht, boah! Wir waren auf dem ganzen Baustein gehauen! Ja, Chef, Wala, bin da drüber lebt! Wir haben da auf einem Baustein verweckt! Der, der gehört halt ab, schlafen! Ich sag, komm, komm! Aber wir sind ja jetzt hier, Wala, Chef! Wow, wow, wow! Laber mich nicht voll! Ran an die Arbeit jetzt! Was ist mit dem, Alter? Ja, warum ist der so streng, Alter? Nur weil ich eine Stunde zu spät bin, Alter! Jetzt haben wir gerade gespielt! Ja, sei mir leid, jetzt kurz! Schau mal kurz! Wir brauchen jetzt einen Plan, wie wir, wer was macht, okay? Ja, Mann! Bra, wir haben eine ganze Baustelle für uns, Mann! Wir gucken uns das erstmal aus! Guck mal, diesmal müssen wir stabile Arbeit machen! Ja, Mann! Diesmal auch eine stabile Arbeit! Lass uns jetzt mal einen Plan machen! 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 ihm und die Mutter Dance himmel ist! Lass uns jetzt mal einen Plan machen! Lass uns jetzt mal einen Plan machen! Vist nicht! queen hat ja einen Plan machen! Willen Sie nach so, und ja Wir kümmern uns jetzt um Aufgabenteilung und machen vernünftige Arbeit. Habt ihr verstanden? So, ich hab geguckt, ich mach da hinten Beton kaputt. Da muss viel Beton kaputt gemacht. Du, 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 du kümmerst dich um Gerüst. Hörst du mir zu? Ja, ja. Du kümmerst dich um Gerüstbau? Ja. Und ich geh auf den Kran. Fertig, ich schaff den Kran. Hast du keinen Führerschein oder was? Ich hab normalen Führerschein. Du kümmerst dich drinnen um alles. Ja, ich übernehme direkt Arbeit. Direkt Arbeit. In der Architektur, hab ich mir. Ja, Bruder. Mach den Bauleiter stolz, okay? Mach den stolz. Komm, Bruder, wir sind dein Team. Was? Was machst du da? Mach das an der Arbeit, Alter. Bevor ich dir ein Ding reinschiebe. Bevor ich dir das reinschiebe, Alter. So. Was könnte ich gebrauchen? Aha. Da hast du ja ein bisschen Holz. Was? Ich war nicht wahr. So. Das könnte ich gebrauchen. Ich hab schon nie die, was ich baue. Das braucht man einfach in einer Baustelle. Ich sag's dir. Ich mach die. So. 손. Mama? Das, für die ganzen Baugeräte. Können wir hier reinstecken. Aber, Bruder. Ich muss. Ja. Bruder. Kann nicht sein, ja? Kann nicht sein, ja? Wke ich mir einmal auf, bitte Hurst surtовать Meer? Na嗯. Ja, Wallah, ey, ich schwöre, diese Kinder, ne, immer, immer ziehen die mich in irgendeine Arbeit mit rein, ja. Ja, ja, guck mal an diese Bagger, ja. Lange ohne mich, ich hab meinen Pkw-Führerschein schwer gemacht. Ich hab nicht mal Führerschein dafür und ich sollte ihn jetzt... Woer C bom das? Bismillahirrahmanirrahmanirrahim. Das ist weitраda, was das? Ja, anderen Hmel! Ja, anderen H optimism! Ahah! Ok, ok. Ok, ok. Ok, 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 ok. Ok, ok. Ok, Ok. Wohohoho. Wenn ich jetzt nr. können wir das mit. Was ist? Ah! Lan! Lan! Allah! Ui! 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 Ich hab was kaputt gemacht, Lan! Ja, wohin muss ich drehen, ja? Oh, Allah! Oh, Allah! Ich krieg gleich... Ich muss wegzahlen, ganze Baka, Lan! Warum ist mein Deutsch wieder so kaputt? Egal, ich mach mal ein bisschen kaputt. Man! Ich hab das jetzt endlich drauf, Lan! Ich muss nur so nach vorne... ...nach hinten... ...und da... ...so perfekt, Lan! Ich bin der beste Baka-Profi der Welt, Lan! Ich bin der beste Baka-Profi der Welt, Lan! Ah, ah! Junge, ja! Junge, ja! Ich hab noch nie mein Leben ein Gerüst gebaut, ja! Aber... Bruder, ich weiß nicht mal, was ich dafür brauche, Alter! Wie soll ich das hinkriegen, ja? Junge! Junge! Ist das dasselbe? Das ist nicht mal gleich groß, ja! Junge! Ich brauch irgendwas anderes, um das dann draufzulegen, ja! Junge, das ist nicht mal gleich groß, ja! Junge, ich brauch irgendwas anderes, um das dann draufzulegen, ja! Bruder, ja, mach jetzt Feierabend. Mach's auf Feierabend, wir haben noch die ganze Vorstellung vor uns, ja. Was war das? Bruder, Bruder! Was hab ich gemacht? Was hab ich gemacht? Tschuldigung. Was hast du hier gemacht? 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 Ich weiß nicht was passiert ist, Junge. Ich wollte ein Gerüst auf die Fresse seit drei Stunden. Was ist das? Was ist das hier? Willst du mir sagen... Was, Alter? Du machst auch Scheiße am Bagger, Alter. Junge, wer nimmt euch mal kurz? Willst du mir sagen, du hast in drei Stunden nur das hier aufgebaut? Bruder, du... Das ist nicht mal gleich groß, lad. Ich weiß gar nicht, wie schwer das war. Ich sag dir, war schwer. War Baggerfahne schwer. Bruder, ich hab schon gehört, dass wir Scheiße gebaut haben. Bruder, drinnen sieht's auch nicht gut aus, ja. Nee, drinnen sieht's nicht gut aus, ja. Ich hab auch Scheiße gebaut, Bruder. Bruder, baustellst gar nichts für uns, Wallah. Wallah, ich sag dir, bevor der Bauleiter kommt und uns fertig macht... Lass ab, lass ganz ruhig. Ey, wir können das doch nicht einfach hier liegen lassen, ja. Bruder, ich kann da sowas von hier liegen lassen, Wallah, eh. Hadi. Wo sind denn die Jungs? Wie sieht das denn hier aus? Kann doch nicht sein, ja. Okay. Jetzt geht's doch mal.